Wow! Wie, der kann reden? Okay, auch gut. Hey Leute, was geht? Klar, hier war Spieleabstor Games und Leute, willkommen zu einer neuen App hier von Cheat World. Ist das Labrador Papi... Papi Daycare. Wir müssen uns... Oh, guck, durch den Welpenmann, der ist verletzt. Oh, das ist gar nicht gut. Wir müssen uns hier heute um einen Welpen kümmern. Bei dieser App hier ist eine Android-App, die wir runtergeladen haben aus dem Google Play Store. Und wir werden uns natürlich hier in der Tagespflege, das ist Papi Daycare, die Welpen-Tagespflege eines Labradorers, da werden wir uns natürlich sehr, sehr gut um ihn kümmern und ihn hier wieder gesund machen, ohne Frage. Treatment auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt erstmal hier Wattebällchen, der hat sich wahrscheinlich beim Spielen oder so verletzt. Deswegen kümmern wir uns jetzt so ein bisschen darum. Ihr könnt den Balken da rechts sehen. So, ja, wir reinigen die Wunde, dann kommt es wieder zurück. Doch dann brauchen wir auch hier die anderen auch noch, selbstverständlich. Wir nennen ihn Chico. Das ist der kleine Chico. Wow! Wie, der kann reden? Okay! Auch gut! So, jetzt bekommst du auch deine Medikamente. Was heißt Medikamente? Das ist einfach so eine Wund- und Heilsalbe, glaube ich. So, da kommt ein Pflasterchen hin. Da auch. So, wir warten kurz. Versprochen, dir wird es gleich richtig gut gehen. Ist doch so süß aus. So, das ist ein bisschen Ice-Spray, damit es dir ein bisschen besser geht, gegen die Schmerzen. Ja, wir müssen auch kurz überwarten. So, dann gucken wir uns hier... Oh, der Knochen. Du musst auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn du spielst. So, guck mal, dir geht es schon viel besser. Jetzt noch ein paar Augentropfen. Du bist bestimmt in so ein brennendes Gebüsch gerannt oder so. Wir warten kurz. Einwirken lassen. Augen zu, Augen zu, Augen zu, Augen zu. Und jetzt. Oh, schön! Guck mal, die sieht wieder richtig gesund aus. So, jetzt nur noch einmal kurz eine kleine Spritze. Dann war es das. Tata! Das war es schon! Chico, das war es schon! So, jetzt ist Baden angesagt, glaube ich. Ja. Jetzt kommt Baden. Ja, das gefällt dir. Das wird dir auf jeden Fall gefallen. Seid ihr jetzt schon? Kunden gefällt dir, Baden immer sehr. Bei der Samira nicht so. Der kleine Katze, wisst ihr vielleicht. Das ist halt eine Katze. Und sie mag nicht so gerne Wasser. Naja, gut. Da kommt noch ein bisschen Spray hier drauf. Oh, nee, das ist Hutteshampoo. Sorry. Jetzt wirst du schon eingeseift. Guck mal, hier ein Spielzeug hast du auch. Ja, das weiß ich nicht, ne? Ich mich auch. Noch ein bisschen Seife. Das geht aber schnell. Also die App läuft wirklich sehr, sehr flüssig, Leute. Ich finde sie sehr, sehr cool. Das ist halt so ein Gelegenheitsspiel, ne? Gerade für kleine Kinder. Oder für Hundeliebhaber. Ich mag Hunde auch. Und zwar eher so der. Guck mal. Und? Oh, jetzt wirst du noch geföhnt. Also, so viel Luxus habe ich noch nicht, mein Mensch. Wenn ich jemanden frage, ob er meine Haare füllen kann, dann klingt ich nur auch ein Bellen. Oder ein Miau von Samira in diesem Fall. So. Und hier nochmal ein bisschen. Wenn du schön duftest. Ein Hundeparfüm. Und damit wäre unsere Arbeit hier erledigt bei Labrador Puppy Vet Daycare. Äh, Puppy Daycare. Ich komme schon voll durcheinander, ja? Das ist ein langer Name. Auf jeden Fall ist es die Tagespflege von unseren Labrador-Welpen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Heute ein etwas kürzeres Video. Aber dafür hat der junge Mann hier auch, der Chico, der kleine Welpe. Der hat jetzt ein bisschen Spaß. Guck mal, der Schwanz, der wedelt auch schon. Finden wir sehr, sehr gut. Leute, was sagt ihr zu dieser App? Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch kein Fan downloaden wird, dann lasst ihr ein Abo da. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal. Ciao.